so ich bin's wieder jetzt kommt video 10 wie gesagt ich breche immer ab damit es nicht zu doll wird ich gehe jetzt auf den hier muss man auch ganz viel klettern ich gehe mal auf den ziegenbock zu muss ja im handwechsel machen weil sonst geht es hier runter jetzt geht es nämlich erst mal hoch ich bin froh wenn wir angekommen sind und ich den abstieg wieder machen kann kinders lasst mir die berge heile so hallo mobstis ja so ich komme mal rüber ich zeige euch gleich mal den ja alles gut alles gut jetzt habe ich mich voll erschrocken das ist doch mal was oder alles gut ich habe mich voll erschrocken weil manchmal die rasen dann so auf dich zu und du kannst nicht ausweichen hier so sie müssten eigentlich gleich da sein und dann kann ich auch zurück und dann begegne ich sie bestimmt noch mal also ich hatte jetzt video zehn ja glaube hier ist auch wieder alles unter wasser und die bäume auch wieder abgekracht aber wir sind recht noch einmal noch einmal ja und ach so ach ihr könnt das gar nicht sehen wir sind auf alle fälle am wasserfall jetzt gehe ich direkt hin und dann laufe ich zurück eine bachstelle auch ganz viele bachstelle hallo ich zeige euch das einmal mal das ist beeindruckend hier du bist eigentlich praktisch unter so einer höhle mit felsen über deinem kopf auch da habe ich natürlich wieder platzangst aber ich habe ja gesagt ich fühle das mal eben gleich also es geht da oben noch weiter es sind 15 meter wo das wasser herkommt es ist jetzt nicht so der wasserfall wie man vielleicht aus schweden norwegen oder amerika kennt aber er hat was aber ich muss sagen ich muss sagen ich habe Angst die jetzt auch zurück bis wir hier raus sind und dann mache ich das nächste video weil ich habe einfach Angst das ist mir jetzt zu bergig zu hoch ich bin dann immer froh wenn ich hier raus bin also hier gehe ich eigentlich nie lang ganz selten deswegen bin ich auch kein wanderführer das ist nicht mein ding so mal sehen ob ich eine andere strecke zurück gehe alles klar ich sag erstmal tschüss